Und was jetzt sehr, sehr interessant ist, siehst du diese Container da, von der anderen Seite, die bauen das jetzt alles unter die Erde. Die werden alle umgebaut. Das ist so ein Kasten, da kannst du nur deine Tüte reinwerfen und das ganze Müll ist unter die Erde. Die sagen, dass alleine wir gehören in Europa, kannst du nichts mehr finden. Also kannst du sehen, so waren die und so werden die sein. Also das sind ganz normale? Ganz normale, davon können so die Roma sich irgendwie, äh, also das, dann ist das... Die einzige Einnahmequelle der Roma einfach vernichtet. Ja, genau. 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 Ja, genau.